Er ist nicht nur ein großartiger Pianist, sondern wirklich auch ein Showstar. Grüß dich, hey, willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Aren't these cars beautiful? Great. It's like, okay. Ach so, der Kameramann muss mich überfahren werden, völlig richtig. These cars, they look like a grand piano, right? It's like classy. It's not too bad, I think. Besser als ein Klavier, aber dein Klavier hört sich zumindest die Lady bleibt bei uns. Also, hier bringt den Flügel rein. So. Hast du mal Klavierstunde gehabt, Rettmann? Nein, Flögelstunde, alles nicht. Ich werde eigentlich schon kommen. No, no. So. 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 Das war der Audi Sport Quattro in der Rallye-Version.